Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy XVI. Wir sollen mit, endlich mal jetzt mit Sharon reden, oder? Nehmen wir noch die eine Quest an. Hm, gute Frage. Wir nehmen noch die eine Quest an. Kann man den Spray echt nicht springen? Hallöchen. Wenn ich rauskriebe, um diese Leute zu kommen, wird es um unsere Hörs zu kommen. Ah, ihr da. Perfect timing. Ich kann nicht versuchten Sie, um mir ein paar Teile zu kommen, würde ich? Ich würde auch glücklich sein. Oh, danke. Ihr wird mir helfen, und die Hiderwege, beide. Es dauert viel Arbeit, um zu halten, zu halten. Mehr als wir können, wenn ich ehrlich bin. Es ist sicherlich, dass du deine Hörnze ausfüllen. Ah, das kannst du wieder sagen. Die Fallen wussten ihre Kraft, aber nicht nur ihre Handwerke dauern. Das ist der Grund, dass die Wälder die Wälder aufstehen müssen. Wir können nicht die Vegetable-Patch aufbauen, bevor wir unsere erste Harvest haben, können wir? Nein, ich glaube nicht. Alles klar, wo kann ich diese Wälder finden? Ask über die Wälder. Sie können dich in die richtige Richtung. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die Hilfe. Entschuldigung. Der Mann, der bei der Garten arbeitet, hat mich um ein paar Wälder zu holen. Ah, das wird Jeffrey, Master Carpenter. Glück würde es haben. Wir haben nur noch geschlossen, die Zutaten zu kümmern. Geh so viel, was du brauchst. Danke. So einfach? Nein, nicht überhaupt. Wir freuen uns die Unterstützung. Hier sind wir. Ich hätte es besser zu Jeffrey bekommen, oder? Danach haben wir auch, glaube ich, hier keine Quests mehr. Nee, genau. Dann können wir die Hauptquests ja genau machen. Ich werde natürlich nicht alle 76 Sidequests erledigen, aber wir werden mal schauen. dass wir halt dieses Spiel ein bisschen mehr genießen. Genauso wie Final Fantasy XV. Das klingt ominös. Oh, es ist nicht so schlecht wie das. Und es ist eine verdammte Sache besser als die Alternative. Wir sind sicher, wir sind warm und wir sind geblieben. Was mehr können wir für uns fragen? Jetzt stopp, frett und mach das. Du hast es gewonnen. Willkommen zu der Fold. Und die Quest hat jetzt auch nicht lange gedauert. Meteor Stein. Wird zur Herstellung von Ausrüstungen und Gegenständen verwendet. Und das kann für Gil verkauft werden. Alles gleich hin. Ja, sonst haben wir hier keine Sidequests. Das heißt, werden wir uns natürlich auch in unsere Hauptquests wieder reinsetzen. Hm? Ich habe gehört, dass sie ihre Mastercheid ausgesucht haben. Ich brauche für meine Reise nach Lastwing. Otto hat gesagt, dass du sie mit ihnen verwendet. Was ist das? Der Neukommer glaubt es gut, dass es sich für einen kleinen Matron zu machen, bevor er sich selbst vorstellt? Es ist Clive. Well, Clive, I hear that dog is yours Since he followed Sid home one night, I've seen to it that his chin's rubbed and his belly fed Though I suppose that's your job now Unless you lose him again I won't Not again Thank you for watching him So, were you gonna buy something? What? You didn't think I'd shower your lordship with my hard-won wares While you swagger about with a pocket full of gill Life doesn't work that way, lad Now, let's say some coin Mittel und Ausrüstung können Läden in ganz Wallisteria gekauft werden Ihr Bestand verändert sich im Verlauf der Geschichte Schau also immer mal wieder rein Das Breitwert haben wir schon, brauchen wir nicht Ja, dann will ich sagen, kaufen wir das hier, oder? Ja gut, Healt trinken wollen wir nicht Also ja Das Breitschwert ist sogar das schlechtere Wir haben jetzt ein viel besseres Verkaufen können wir auch was Genau dieses eine da Genau hier der Gillkäfer Ja sonst ist alles wichtig, außer der Gillkäfer Ja das andere hatte ich ja schon, das Schwert Also das andere war ja nur schlechter Das andere ist Schwert Und ein Itemform war keiner Das ist das Einzige Das ist das Ah wie groß der geworden ist Ja klar sind aber auch 13 Jahre Äh Der A-T-R-E-Stein Also ein A-T-Stein ist zur Verfügung Dieser virtuelle Kampflast bietet Glyfa Einen sicheren Ort, um neue Fertigkeiten zu erproben Und gegen verschiedenste Gegner zu üben Im Verlauf der Geschichte werden darin zusätzliche Funktionen freigeschaltet Die Halle des ewigen Eifers Ja, Übung beginnt, oder was? Die Halle des ewigen Eifers ist ein individuell anpassbarer Kampfplatz Der Clive einen sicheren Ort bietet, neue Fertigkeiten zu erproben Und gegen verschiedenste Gegner zu üben Fassen, Besiegbarkeit, LP, Autoheilung Ach so kann man das machen Gegneraggression, Gegnerunverwundbarkeit Die Halle des ewigen Eifers Ich muss schon die Gegneraggression einstellen Ja gut, wie komme ich hier wieder raus? Die Halle des ewigen Eifers Die Halle des ewigen Eifers Die Halle des ewigen Eifers Ja, ich habe schon gesehen, wie man hier rauskommt Und zwar Übung beenden Ja, aber ist ganz nett Was jetzt mit den Beutel? Ja, toll Ja, toll Nutze die Weltkarte, um die bereits besuchte Orte zu begeben Die neue Orte werden zeige ich an, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Wegpunkte entdeckst, die Obelisken genannt werden Die Weltkarte öffnet sich automatisch, wenn du einen Bereich verlässt Kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü aufgerufen werden Kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü aufgerufen werden Jetzt haben wir die Vorräte, gib dich in den Grenzwald Ach so, ich muss hier raus Ja, guck mal, okay, hier merkt man auf jeden Fall, dass das hier ein bisschen, äh, also, das ist wie bei Final Fantasy XIV Ist ja auch übrigens, äh, ich glaube von dem Macher von Final Fantasy XIV oder irgendjemand von Final Fantasy XIV hat auf jeden Fall hier dran gearbeitet Das wird Grenzwald, so ein Hygien Naja, das wird wohl dann das sein Es gibt sogar auch Jagdziele, also Jagdmissionen wieder Ich habe gesagt, dass wir die Crystal Road nehmen sollten Und ich habe gesagt, dass wir die Outlaws sind Ich habe gesagt, dass wir die Outlaws sind Und du willst, dass jeder Bounty-Hunter in Sturm holen uns von hier nach dem Heiligen Kapitel Außerdem, was ist falsch mit der Schöpfung durch die Natur's splendor? Die Todesendungen erwähnen mehr der Welt jeden Tag Aber ein Ort wie dieser hier noch ist, ist ein Miracum in selbst Und dann wird es ein Wetter und ein Wetter wieder in Imperial Land zurückgekommen Bist du gut? Nicht mehr als besser Das klingt so Das ist ein Lecker von Korn, sicherlich zu Hause, wenn du das möchtest Es ist gut, dass du zurückgekommen hast, Torgal Rauchspuren Ich glaube, das werde ich ausrüsten. Zumindest jetzt noch. Achso, er erhöht den Verteidigungswert um 10. Das ist ein Werteidigungswert. Du bist willkommen für den Anti-Shotcut. Vielleicht sind sie so freundlich wie Joggle. Oh, das ist ein Werteidigungswert. Over hier. Get up. Shake him, Tor. Da, boy! Da, boy! Over here. Ich bin immer noch im Kampf. Ich weiß. Bin schon da. Nee, warum ich das jetzt halt ausgerüstet habe, ist, weil ich sowieso vergessen werde, dem Befehle zu erteilen. Das weiß ich genau. Was laufen die weg? Da vor. Na, Löde. Echt? Da, das ist weg. Das war's. Das war's. Wir werden wahrscheinlich gegen ihn kämpfen müssen. Ich weiß, was ich sagte, die Zierke sind zu verbrechen. Das sind die Zierke sind besser. Ich bin nur zum Nachi, jetzt. Lass sie ihn, Lass sie weg. Lass sie weg. Lass sie weg. Lass sie ihn. Lass sie ihn. Lass sie ihn. Lass sie ihn. Da, boi. Da, boi. Stay down. Well, that's the underground sorted. I'll take you from here. I'll take you after you. Thank you kindly. The ruins, they're everywhere, aren't they? Some say there was a time they blocked out the stars. Down was the only way left for them to go. There's probably a lesson to be learned from that. But it can wait. Come on. Mind your head. Warum wartest du hier? Was ist los? Das ist los. Oh! Früher mal befreundet, aber jetzt nicht mehr. Das ist los. Das ist los. Das ist los. Da, boi. 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 Trank verwendet. Wir haben keinen Schaden genommen. Aber immerhin wird es dann einfach benutzt und es ist nicht einfach, was so von wegen gefällt. Das ist ein Schaden. Das ist verrückt, ich liebe Wolves. Obwohl es auch noch mal so viele ist. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Da, boi! Wir haben das, was wir tun haben. Das bedeutet, dass ich es nicht mag. Nein. Nein, es ist nicht. Na gut, wir sagen noch im nächsten Mal weiter bei Final Fantasy 16 und ciao!